Ich bin so froh, dass ich Fahrradfahrer und Fußgänger bin, da hätte ich jetzt übelst keinen Bock drauf, hier bei dem schönen Wetter stundenlang rumzustehen und nicht einen Millimeter vorwärts zu kommen, Alter. Für alle, die in Urlaub fahren und auch in derselben Situation sind, viel Spaß hier Braten. Darum erkunde ich lieber meine Gegend. Bis dann und viel Spaß noch.